Wunder scheinen. Gut, dann muss man die andere Halle aufklappern. Wir haben das. Wir können die zuvor schon noch fertig sein. Ich muss nicht weiter fliegen. Wir können nicht so weit wieder einmal anders sein. Wir sehen uns weiter. Shalom. Ich grüße euch. Bin ich nicht die erste Mystikerin, die ihr trefft? Es ist mir eine Ehre. Als meine Vision zeigte, dass ich viele Vos mitnehmen, eine Fremde suchen und an einem großen Krieg teilnehmen muss, war äußerste Umsicht erforderlich. Meine Vision wurde fünf verschiedenen Deutern gezeigt. Alle fünf Deutungen stimmten überein. Darum bin ich hier. Ähm. Äh. 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 Die Welt ist nicht erforderlich. Wir tun, was notwendig ist, um Vos zu schützen. Wir tun was notwendig ist, um Vos zu schützen. Wie voruusgesehen, haben wir eine Enklave für jene erbaut, die in der Macht talentiert sind. Hier werde sie meditieren, üben und wachsen meditieren, ebenfalls und erwarte Visionen jener, die sich uns noch anschließen werden. Eure Bedenken sind unangebracht. Es wird Konflikte geben. Wut wird entflammt. Die Enklave wird überleben und daraus stärker hervorgehen. Ich habe auch mehrere Vos hierher gebracht, um in der Macht unterwiesen zu werden. Manche sind erfahren, manche beginnen erst. Alle lernen. Ihr seid freundlich, aber Dankbarkeit ist nicht notwendig. Die Enklave muss wachsen, doch sie braucht dazu eure Unterstützung. Ich meditiere. Meine Visionen zeigen jene, die sich uns anschließen könnten. Ihr werdet versuchen, sie zu rekrutieren. Meine Visionen zeigten auch viele Artefakte und Machtrelikte, die hier angesammelt sein werden. Sie zu finden, muss ebenfalls eure Aufgabe sein. Durch die Relikte werden wir lernen und wachsen. Unsere Allianz wird sich über die Sterne ausbreiten. Ich muss mich wieder meiner Meditation widmen. Viel Glück, wie man es bei den Fremden sagt. Okay, cool. Ja, ja, ich war ja schon mit ihm mal zu Woska, der Wengst. Das Papier auf Woska ist in der Hauptstadt. Das war hier noch nicht. Schwer sachlos, ich bin froh, mein Wissen mit jüngeren Teilen zu können. Was ihr hier lernt, kann euch und anderen das Leben retten? Da hingen wir noch. Pp, dh, 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 dh. Guck mal, was hier noch zu so einhört. Wir hätten mit dem ewigen Imperium ein ebenso leichtes Spiel, wie ihr es mit diesen Imperialen auf Quad hattet. Ähm, tut mir leid. Diese Bemerkung war angesichts unserer aktuellen Allianz vermutlich unangebracht. Ihr habt vollkommen recht, Commander. Es wird nicht wieder vorkommen. Meine Arbeit ist jedenfalls die Koordination der militärischen und strategischen Ressourcen der Allianz. Und ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten und unsere Schlagkraft zu steigern. Lasst mich wissen, ob und wann ihr helfen wollt. Wir haben hier reichlich zu tun. War ich da? Okay, cool. Und Loco-Romol 4. Zum Raumschiff, okay. Gucken wir da auch noch Wenderin, Wettwenderin, Degner. Oh ja, okay. Okay. Entweder hoch hinaus oder nach Hause. Was kann ich euch heute verkaufen, Commander? Oh, 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 oh. Warte mal, oh. Ach, lol. Ja, okay. 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 Das war mir eine Freude. Und dann gucken wir doch mal auf hier. intentionally. A Port von Aisem, Shiffet, Gönl. Ähm. Oило, cool... Ais Arzt, ob kommen wir da doch wohl ran? Ich höre nicht. Ich höre nicht. Das ist so ein Problem. Geil. Maischoff Mais Cool Ah Erinnerungen Oh wie cool Na ja schon Ich hab schon schon drüber Geil Ich hab schon drüber Na ja ich hab schon drüber Ja ich hab schon drüber Das hat mich nicht drüber Hm Also wir sind jetzt Personal heute dran Hm Ne Das geht heute rum Da komm mal hin Oh Oh Den Twig Oh Ich bin sowieso noch zu jung für eine Königin Ich bin sowieso noch zu jung für eine Königin So ist das nächste so Hm Hm Oh Geil Ich wünsch das so im Doppos Äh 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 Apropos Ganz schön Ganz schön Obwohl Was die Mom So aus Da war Mein ich nicht Schau dran Kann man hier auch mal rauskicken Ja Ja Ne 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 Ja 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 Ähm Ja Was 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 Fette Wookie Freund Ähm 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 Okay Cool Mein Altschaf Nice 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 Ähm Vorsicht Die Was steht denn Den Stamm Ah ne Ich kann schau mal da drauf hin Ah wie Gies Okay Ähm Dann Gästen wir uns bei nächstes Jahr sind ich außerhalb vom Schöpf Wann ist das Ding Wann Okay Kann ich doch machen Es Don't Knopf Don't Knopf Don't Knopf Okay Hm Hör 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 Ja Behsch Wann ist Schwarz Nachmann Die Wann ist Die 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 Bis zum nächsten Mal.